Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Lektion vom Ani-Sprache lernen. Wir haben diese Lektion in Basila im großen Haus der Ani-Sprache für euch vorbereitet. Viel Spaß! Als erstes wollen wir kurz wiederholen, was wir das letzte Mal gelernt haben. Hört zu, sprecht nach, lest mit. Amona Muniru, angana, amina, 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 muniru na, muniru na, baye naken yeda, baye naken yeda, amona, akime, salifu, amina. Amona, akime, salifu, amina, baye naken yeda, baye naken yeda, amona, alé, musa, muniru, amona, alé, musa, muniru, amona, alé, musa, muniru. Heute wollen wir uns mit den ersten Grüßen beschäftigen. Das Grüßen ist in Basila sehr wichtig. Wenn immer sich zwei Leute begegnen, gibt es normalerweise einen ganzen Dialog mit verschiedenen Grüßen. Und das kann für den Anfänger sehr überfordernd sein. Deshalb möchten wir uns Schritt für Schritt an diese Grüße herantasten. Zum einen gibt es Grüße nach der Tageszeit. Das ist der erste, den wir jetzt hören. Das heißt Amina, guten Morgen, Muniru, guten Morgen. Man muss den Namen nicht sagen. Man kann auch einen Titel sagen, Papa oder Mama oder Großmutter oder man muss auch gar keinen Namen sagen. Man kann auch einfach nur guten Morgen sagen, Nagalai. Meistens antwortet man bei diesen Tagesgrüßen dann mit dem gleichen Tagesgruß, also auch mit guten Morgen. Nagalai heißt aber gar nicht richtig guten Morgen. Aber das ist der Gruß, der am Morgen verwendet wird. Das heißt eigentlich mit gestern. Das Na ist nicht das gleiche Na, was wir letztes Mal hatten, der Fokalisierer. Das hier ist eine Präposition oder Postposition, die mit bedeutet. Also mit und Galai bedeutet gestern, mit gestern. Und das ist eine Abkürzung dafür, dass man fragt, wie geht es dir mit gestern, du und gestern. Das Du wird nicht ausgesprochen und die gekürzte Form heißt Nagalai. Und manchmal wird sie auch sehr viel schneller ausgesprochen. Nagalai, das Gar, wird manchmal verschluckt. Und das kann den Anfänger dann schon etwas verwirren. Also das ist die Begrüßung, mit der man sich am Morgen als erstes begrüßt. Und dann gibt es eine ganze Reihe Grüße, die nach dem Befinden fragen. Von der Person, mit der man gerade spricht oder auch von der Familie oder von dem ganzen Umfeld. Der einfachste Gruß, den haben wir mal hier ausgesucht. Beina heißt also, wie geht's. Das ist ein relativ unformeller Gruß, der eigentlich unter Gleichgestellten verwendet wird. Und ist aber eine der einfachsten Begrüßungen. Das Bei kennen wir ja schon aus der letzten Lektion. Das heißt wie. Und das Na ist wieder der Fokalisierer, den wir auch schon aus der letzten Lektion kennen. Also wie ist es oder wie geht's. Und die Antwort ist eigentlich fast immer erstmal Allah-Fia. Allah-Fia ist ein Wort mit ganz vielen Bedeutungen. Die Grundbedeutung ist sowas wie Gesundheit oder Wohlbefinden. Und das bedeutet dann im übertragenen Sinne, es geht gut, alles gut, alles in Ordnung. Allah-Fia. Und Allah-Fia Na, da ist wieder der Fokalisierer. Oder es ist Gesundheit oder es ist alles gut. Oder die klassische Antwort ist wirklich immer erstmal Allah-Fia im ersten Dialog. Und wenn es nicht gut geht, dann kommt das meistens erst später im weiteren Gespräch überhaupt auf den Tisch. Also die ganz klassische Antwort Allah-Fia oder Allah-Fia Na. Und dann gibt es eine ganze Reihe Grüße, die nach den einzelnen Personen oder den einzelnen Leuten im Umfeld fragen. Da hören wir uns mal zwei an. Und diese Grüße enden eigentlich alle mit dem Fragepartikel Ni. Ni heißt dann so viel wie, wie geht's, wie geht's. Und dann, was auch immer man fragt, stellt man da vor. In diesem Fall Gafala Ni. Gafala ist das Wort für Haus. Und das bedeutet aber im übertragenen Sinne Familie. Wie geht's also den Leuten, die mit dir im Haus wohnen? Wie geht's also deiner kleinen Familie? Und die Antwort, ganz klassisch wieder Allah-Fia oder auch Allah-Fia Na. Man kann also den Fokalisierer auch immer dranhängen. Jetzt mal ein erstes Häppchen Anigrammatik. Gafala heißt ein Haus und Bufala sind mehrere Häuser. Im Deutschen hängt man den Plural ja hinten dran an das Wort. Und im Ani befindet sich der Pluralmarker oder Singularmarker vorne am Wort. Also Gafala ist eins und Bufala sind mehrere. Also Fala ist die Wortwurzel, die quasi den Sinn von Haus trägt. Und das Gafala bedeutet eins und Bufala bedeutet Mehrzahl. Es gibt im Ani keinen bestimmten Artikel. Das bedeutet also eigentlich dann das Haus und die Häuser. Dann schauen wir uns den zweiten Gruß nochmal genauer an. Der hat auch hinten den Fragepartikel Ni. Aber diesmal fragt man nach Bopi. Und Bopi sind die Kinder. Bopi Ni, wie geht es den Kindern? Und dann haben wir jetzt zum ersten Mal einen ganzen Satz. Bada la fia. Bada alla fia. Man zieht im Ani oft Wörter zusammen. Also wenn zwei Vokale aufeinandertreffen, dann wird oft einer verschluckt. Aber da verstecken sich eigentlich drei einzelne Wörter dahinter. Das Ba bedeutet Sie. Das ist also das Personalpronomen in der dritten Person Plural für Sie. Das Da ist das Verb. Das bedeutet sowas wie sind oder Sie sind. Und dann alla fia ist wieder unser Wort für Gesundheit oder es geht Ihnen gut. Bada alla fia. Sie sind in Gesundheit eigentlich. Und dann hier nochmal ein weiteres Häppchen Grammatik. Wieder der Singular und der Plural von Kind, Kinder. Upi und Bapi. Hier sieht man wieder den Unterschied zwischen Einzahl und Mehrzahl vorne am Wort, wo man es im Deutschen hinten sieht. Also Pi ist die Silbe, die den Sinn trägt, Kind. Und dann U ist die Markierung für ein Kind. Und Ba ist die Markierung für mehrere Kinder. Das sind nicht in dem Sinne Geschlechter oder Artikel, sondern grammatisch heißt das Nomenklassen. Und im Englischen gibt es ja ein Geschlecht, the oder einen Artikel, im Französischen zwei, le und la, im Deutschen drei, der, die, das und im Ani gibt es 14 Nomenklassen. Da kommen wir später nach und nach auch nochmal wieder drauf zurück. Jetzt wollen wir uns noch einmal die Wortliste angucken von all den Wörtern, die wir in der heutigen Lektion neu kennengelernt haben. Wir fangen an mit Na. Das heißt mit. Das ist also eine Präposition oder Postposition. Das ist nicht der Fokalisierer, obwohl sie sich beide gleich schreiben. Als nächstes haben wir Galay. Das heißt gestern. Dann haben wir Alafia. Das heißt Gesundheit oder Wohlbefinden oder auch es ist alles gut. Dann haben wir ein Nomen. Zuerst im Singular. Gafala. Das Haus, die Familie. Und im Plural. Bufala. Die Häuser. Und dann haben wir ein neues Fragewort oder einen Fragepartikel. Und zwar ist das der Partikel, der sich am Ende vom Satz befindet. Ni. Und der heißt sozusagen, wie geht es? Und die Sache oder die Person, nach denen man fragt, die stellt man da vor. Gafala. Ni. Bupi. Ni. Und dann haben wir noch ein weiteres Nomen. Hier zuerst der Plural. Bupi. Die Kinder. Und dann eins. Upi. Das Kind. Und dann haben wir das Personalpronomen. Ba. Das heißt sie. Also das ist das Personalpronomen in der dritten Person Plural. Und dann haben wir unser erstes richtiges Verb. Da. Das heißt sein oder da sein. Und hier noch ein paar Tipps zur Aussprache von den Anni-Buchstaben. Nochmal wieder zu den Vokalen. Im Anni gibt es das oft, dass zwei Vokale hintereinander kommen. Und die spricht man so ähnlich aus wie im Deutschen, die Diphtonge, indem man beide Vokale ausspricht. Ein Beispiel hier. Bei oder Galai. Das ist nicht so wie im Französischen, dass die beiden Vokale gemeinsam einen neuen Laut geben. Zum Beispiel Ä. A-I auf Französisch Ä. Nein. Im Anni auch. Bei oder Galai. Also alle Vokale, die man sieht, spricht man aus. Und dann nochmal die Erinnerung, dass lange Vokale im Anni damit ausgedrückt werden, dass man den Vokal zweimal schreibt. Also in dem Wort Allah vier, da wird das La in der Mitte lang gesprochen und mit zwei A geschrieben. Und noch ein paar Kommentare zur Zeichensetzung im Anni. Die Zeichensetzung im Anni lehnt sich sehr eng an die Zeichensetzung im Französischen an, um den Übergang zu erleichtern für alle, die sowohl Französisch als auch Anni in der Schule lernen. Und im Anni gibt es also den ganz normalen Punkt, das Fragezeichen und das Ausrufezeichen. Ganz normale Sätze im Anni werden auch mit einem Punkt abgeschlossen. Genau wie im Deutschen, genau wie im Französischen und im Englischen. Und die Leerzeichen zwischen den Wörtern richten sich im Anni nach dem Sinn der Wörter. Zum Beispiel bei unserem Satz Bada Allah Fiyah haben wir drei grammatische Wörter. Das Ba ist das Pronomen, das Da das Verb und das Allah Fiyah ist das Nomen am Ende. Und die werden alle drei jeweils durch Leerzeichen voneinander getrennt. Im Französischen werden das Fragezeichen und das Ausrufezeichen mit einem Leerzeichen getippt. Also die haben immer ein Leerzeichen davor, wenn man sie eintippt. Und das haben wir im Anni auch übernommen. Also das ist kein Tippfehler, wenn wir im Anni bei Nagalai Ausrufezeichen, ein Leerzeichen sehen oder bei Gafalani das Fragezeichen auch ein Leerzeichen davor hat. Und jetzt seid ihr wieder dran mit Nachsprechen. Nutzt das hier zu üben, indem wir euch den Satz oder den Ausdruck einmal vorsprechen, dann eine kleine Pause lassen, in der ihr das nachsprechen könnt und dann sagen wir es nochmal, damit ihr euch vergleichen oder korrigieren könnt. Nutzt diesen geschützten Rahmen, um einfach auszuprobieren, diese neuen Wörter und diese neuen Sätze einmal auszusprechen. Amina, Nagalai Amina, Nagalai Muniru, Nagalai Muniru, Nagalai Baena Baena Alaafiana Alaafiana Gafalani Gafalani Alaafiana M�china Mäbbi gli clipi Bdedalaafiana B wastewater Bw clase kalttitel Galai Gra перепіл Alaafiana Mäbbi Mount Gafala Bufala Bufala Ni Ni Bepi Bepi Oupi Oupi Ba Ba Da 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 Und hier kommt wieder die Hausaufgabe. Das Wichtige ist, dass ihr jetzt das Gelernte wirklich übt und umsetzt. Also diese Woche am besten jeden Tag mehrere Leute begrüßen mit Guten Morgen und fragen, wie geht's? Und wie geht's der Familie? Wie geht's den Kindern? Und auch selber antworten. Probiert es doch auch mit WhatsApp, mündlich, mit euren Familien in der ganzen Welt. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.